Liebe Gemeinde, mein Name ist Lothar Dröse und ich bin Vorsitzender der Kolpingsfamilie Wuppertal-Barmen. Wir schreiben das Jahr 2021 und es jährt sich der Geburtstag von Johann Gregor Breuer zum 200. Mal. Ich möchte Ihnen versuchen, das Leben von Johann Gregor Breuer etwas näher zu bringen. Der Titel seines Buches über seine Lebenserinnerung ist »Was für Jahre?« Und es steckte viel Aktivität in diesen Jahren, die er hier in Elberfeld in seinem Arbeitsleben verbrachte, als Lehrer der Mädchenschule. Sein Vater brachte ihm auf dem Weg einen Vers bei, der zu seinem Lebensinhalt wurde. »Kannst du etwas Gutes tun, so unterlass es nicht. So viel wie du vermagst, ist deine Pflicht.« Diesem Spruch fühlt er sich sein Leben lang wohl verbunden. Er wirkte in vielen Fällen, sah das Elend in der Stadt auch hier, vor allen Dingen bei den Schülern, die seine Schule verließen, den Mädchen, die dann ohne eine Grundlage richtig zu haben, in das Leben ausgingen. Wir mussten ihm dann noch beibringen, für das Grundsätze des Lebens zu lernen. Handarbeit zu Arbeit, Hausarbeit musste ihm beigebracht werden und das vermittelte er ihnen in spielerischer Form, vor allen Dingen, indem er sie an sich lockte, in einen Chor einzutreten, Gesellschaft zu pflegen mit den Mitgenossinnen, die alle eben halt in der Schule waren oder eben zum Unterricht kamen, in dem von ihm gegründeten Mädchenverein. Es war ihm ein sehr großes Anliegen und so vermittelte er mit der Chorarbeit zunächst auch religiöser, schulische Themen und dann eben halt auch in Unterrichtsstunden Haushaltssachen. Die Jungs sahen dieses Wirken von Johann Gregor Breuer und wollten es den Mädels nachtun und bildeten auch ein Chor, um bei der Laurentius-Prozession glänzen zu können. Es waren Handwerksgesellen und er vermittelte ihm auch eben halt seine Ansicht des Lebens, um einen Grundstein im künftigen Leben zu bilden. Spielerisch mit dem gesanglichen Unterricht ging dann einher, Unterricht in Grundlehrgängen, in Rechnen oder eben handwerklichen Arbeiten und so bildete sich damals die Keimzelle des ersten Gesellenvereins, das später durch Kolping weitergeführt wurde. Aber es gab sehr viel mehr Vereinstätigkeiten und Gründern, die ihm den Spottnamen Generalgründer beibrachten. Er war aber wirklich ein Katalysator des katholischen sozialen Gesandten-Vereinslebens, was er auch versuchte weiterhin zu tragen, dass die Vereine sich in größeren Räumen zusammenschlossen. Es bildete sich so unter anderem das Verein Parlament, um eben ein Gegenpol zu bieten, dem katholischen, deutsch-katholischen Kirchengemeinde, die sich hier damals bildete, um dann durch Bildungsarbeit eben den katholischen Glauben zu festigen. Später wurde eben auch diese Aufgabe zu wenig. Er vermittelte ihnen die neue Aufgabe und dieser Verein gründete das Kapellchen, das jedem Elberfelder ein Begriff ist oder jedem Wuppertaler sogar. Auch bei den anderen Kirchengemeindengründungen wirkte er mit in St. Marien in Elberfeld, in Herz Jesu. Er wirkte, wie gesagt, in sehr vielen Vereinen, weiterhin auch in Sparkassenvereinen und Darlehensvereinen, den Jungfrauenvereinen. Und es war eben ein Anliegen, eben halt den katholischen Glauben zu vermitteln zum einen und auch die Grundlagen für das Leben hier zu bilden. Seinen Abschied nach langen Jahren auch in der Rente nach schwerer Krankheit starb er in San Remo, wo er zur Kur weilte in Begleitung seines Sohnes, fand aber seine letzte Ruhestätte hier auf dem Friedhof an der Hochstraße. Wir wollen seiner gedenken, dass er sehr viel gewirkt hat für die Grundlagen, wo ihm die, vor allen Dingen die Mädchen auch, auch in späteren Jahren, wo sie gestandene Familienfrauen waren, ihm zu danken, wussten bei vielen Jubiläen und Ansprachen. Und er soll nicht in Vergessenheit geraten. Johann Gregor Breuer und seine Jahre des Lebens hier in Wuppertal. Johann Gregor Breuer und seine Jahre des Lebens hier in Wuppertal. Johann Gregor Breuer und seine Jahre des Lebens hier in Wuppertal.